Übrigens, bevor das Video jetzt losgeht, äh, Leute, nach dem Intro geht das Video dann los. Wir werden mal wieder in der alten Verwaltung. Wer hätte das gedacht? Dann Spaß beiseite. Ähm, schaut doch einfach mal bei 4dufhd vorbei. Er hat nämlich auch ein Video gemacht für eine alten Verwaltung, wie seins ist, wie seine Reaktionen sind. Er, ihr hört es bei mir auch mit drin, aber bei ihm wird ihr das wahrscheinlich besser hören. Und lasst doch ein Abo da bei ihm. Ähm, und Leute, nicht vergessen, guckt bei mir auf Instagram vorbei. Ja, man, guckt bei ihm auf Instagram vorbei, damit er endlich die Fresse hält. Und guckt bei ihm auf Instagram vorbei, dann seht ihr auch seine Bilder, Leute. Und Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao. Dann läuft es am besten voraus, damit Leon noch die... Nee, das ist wohl... Du halt die Taschenlampe hast. Du weißt, bei dem Fenster, da... Das war... Keep your... Light down. Alles gleich machen, nein? Ich halt einfach... Nein, lauf doch den Weg hier. Wo? Einfach hier langlaufen. Aber einer muss vor, Leon vor allem. Am besten. Weil Leon halt die Taschenlampe hat. Yo, Leute. Wir gehen jetzt durch dieses Gebäude. Einfach so im Dunkeln. Die Tür ist zu. Du kleiner Scheißer. Eine Runde, denn? Nee. Schmeiß mal irgendwas dagegen. Nö. Oder komm, wir gehen. Ist zu. Wo drin? Die Tür ist zu. Digger. Lass mal auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite rum. Boah, Alter. Wurde hier hingekotzt. Hier ist die Tür aber auch zu. Hier nicht. Oh, scheiße. Weißt du, wie? Der ist noch vor. Jetzt auf einmal habe ich es. Der soll halt vorlaufen damit. Ich weiß nicht, wie ich anfangen werde zu ziehen. Das werden wir diese Türs noch nicht tun. Hier ist alles zu. Alter, hier ist alles zu. Das war ich. Digger, die Tür wurde ja eingerissen. Guck da, du ich. Bro. Ist die Tür zu? Können wir ja lang. Erst mal kurz absichern. Ob hier jemand ist? Der Tür geht zu. Mach dir am besten. Sonst knallt die es noch. Das war ich. Vielen Dank. Ich schmier dein Brot, wenn du rauskommst. Bestes Brotschmieren besser. Wer weiß, wer da auf der Ecke ist. Und deswegen super, oder? Ja. Auch noch der, der in den Kindern ist super. Hallo. Digga, das sind einfach zwei Türen. Na gut, dann können wir eigentlich nach oben oder so. Das kann nicht sein. Müsste der Schnee gewesen sein, der getort ist. Egal. Können wir da mal easy nach oben? Oh, wer schreibt mir jetzt? Wann seid ihr zuhause? Hat nochmal geschrieben. Ja. Ja, ich kann grad nicht, Mara. Wir nehmen grad ein Video auf. Wir sind in der alten Verwaltung. Ich weiß, das magst du nicht, aber sind halt hier drin. Du wirst das Video zwar nicht sehen, aber... Oh, ich weiß nicht, wo du hier bist. Ich weiß, was ist das? Ich weiß, was ist das denn? Scheiße, was ist das denn? Scheiße, was ist das denn? Oh, shit. Oh, shit. Oh, hell doch. Oh, shit, Digga. Oh, shit, Digga. Oh, shit, Digga. Oh, ich hab nichts dran denken. Oh, Leute, doch das kann. Überschste Scheiße. Wir wissen nicht, wo wir hier sind, Alter. Doch, ist hier. Wir sind wieder bei der Verwaltung oder was? Im Dunkeln ist halt übelst am Arsch. Wollen wir nicht weiter? Wir reden eigentlich mal ab. Ja, was will ich? Wollen wir weiter? Okay. Oh, was ist denn? Ja, jetzt sitzt er, dass ich hier schon mal ausrollen. Das ist ja nicht gelöst. Ja, also ich hätte meinen Ton mal Auto machen. Äh, die bleibt. Hier. Fick, brennt ihr dich? Dich. Ja. Ich hab gerade die ganze Fan-Due gestellt. Oh, shit. Sind wir nicht hier oben, wo die Tauben da drinnen sind? Na gut, hier drin sind die Tauben. Das sieht man jetzt auch nicht so, weil das so dunkel ist. Dann gehen wir aber einfach zurück. Wieso denn? Wieso denn? Eigentlich ein Monster hier reinherriert. Oh, Alter. Ja. 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 Ja.